Ich hab gar nichts gemacht Roboter sollen uns angeblich ersetzen Roboter währenddessen Das war der netteste Unfall den ich jemals gesehen habe Es ist Winter und du willst zur Schule Was ist das für ein Ehrenloser auf der Party? Ich an meinem ersten Arbeitstag Ihren Bruder Mirko ist konvertiert Unser Bruder Das ist Mirko Hagen Er ist jetzt nördlich zum Islam konvertiert Sag mal Salam Aleikum Ich habe ab heute Vertrauensprobleme im Café Wenn sich der Traum zu echt anfühlt Eine Welt, zwei Parallelen Wie der Sportunterricht immer startet Alles Gute zum Geburtstag Happy Birthday to you Happy Birthday Deine Mutter hat gesagt Er soll draußen spielen Unser Pizzalieferant spielt einfach mit uns Fußball Mein Freundin nennen mich Top Corner Tommy Hey, die Bibel sagt, wenn ich das mache, musst du mich extra tippen Diese Hamster macht alles nach was er hört Der Arme wurde so verarscht So rührt man einen Kaffee richtig um Der normalste Golfabend mit den Jungs Sie haben diese Luftwackel einfach studiert 1, 2, 3 Thailand Urlaub war keine so entspannte Idee Kurioses aus Thailand Und das ist eine Steckdose Hier lade ich mein Handy Liege im Bett und denke Für Heavy Metal Kommt aus der Steckdose Musik Kann mir das irgendeiner erklären? Ich blick's nicht Sieh, wieso schreibt er mir nicht zurück Was die Jungs und ich gerade machen Der Bray hat einfach nur Angst vor Gott in seinen Schlappen Der Arme wollte doch nur ein gutes Foto machen wieso ist der Bruder da überhaupt noch im Video Was made you cry the most? Who has the nicest body Who is the funniest Who does your mom like the most Who has cheated on you Who was the biggest liar Who was the best kisser Who has the best kisser Ich bin nicht vor der klasse präsentieren muss Optimist Prime Megatron Und Bömbli 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 Hange Filmseries in der jährlichen Charaktere Harry Potter Star Wars Transformer Toy Torsey Ich weiß was ich das nächste mal klauen werde im Rewe Leute seit wann hat Rewe solche Automaten Kann ich bitte mit Karty bezahlen? Leere, wieso willst du dich umsetzen? Die Person, die neben mir sitzt. Mein Schutzgeld aus letzter Woche ist noch nicht angekommen. Bester Vater des Jahres. B.U.V, du hast deine Theorieprüfung bestanden und dein Vater schickt dir so ein Video. Selene, habe ich eine Überraschung für dich. Hallo Selene, ich bin hier, ich bin der Bruce, ich habe heute gehört, dass du Proofen hast. Ich wünsche unheimlich viel Glück, du magst das, du schaffst das und alles Gute. Mua! Bam! You got it. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Up to the Theorie Tribune Dit. 500 neigesfallet